Herzlich Willkommen wieder da vom 19.00 Uhr im Bereich Corona Schuhe auf den 19, 19, 19 aber jetzt etwas besser anfangen ein besserer Einstieg auf den 5, 5, 5 5, 5, 5 10 gewesen auf den 3 5 6 Situation auf den 1 bedeutet so ein bisschen besser aber werde ich nicht wie du da raus nicht aber wie du so in gut folgen wie Verhalten 2 Abstand Werbung Schutz auf dem mit 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 60 mit dem das Rüpp den Grund was ich selbst schuze kann ich wenn ihr dr krank aber mehr wie ohne kein Husten. Nicht, 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 wie man dich trotzdem in den Wohnantrag fährt. Andere kann nicht zu. Andere bekommt nicht. Deswegen mehr, mehr, mehr. Aber vor Ort Maske, Maske. Und alle. Nicht, bestelle. Nur selber. Das ist noch ein, Moment, ein Vorwort auf der Zeitung, wo wir uns wenigstens vor Ort haben. Hast du die Triage? Der medizinische Begriff wird in Triage. Und was, wenn viele Menschen sehr krank brauchen Atmung. Wer bekommt? Wer bekommt? Wie entscheidet? Wie, wie, wie? Schwer entscheidet. Zum Beispiel Person 80, Person 60. Sie bekommen 80. Nicht mehr so viel. Aber vor Ort bedeutet Atmung. Entscheidet. Wer bekommt? Zum Beispiel die Atmung. Zehen, Atmung. Aber Leute. 15 bedeutet, wer bekommt. Triage bedeutet, muss überlegen. Wer bekommt, bekommt. Kommt. Wir werden halt schon gerade entscheiden. Wir werden schwer, krank. Und Schaffner retten. Ein schon schwer, schwer krank. Dazu Corona. Aber vielleicht gestorben. Aber schwer, schwer, entscheidend. Für alle bekommen. Kommt. Kommt. Selbstverdächtig. Geht? Man bleibt tot. Stimmt. Hört. Du sieht schon an. Ich bin tot. Aber jetzt. In diesem Ort. Wer wird kalt. Und da. Das letzte Thema. Ja, ich weiß nicht, ich wollte zurück in der Kappenflug, aber das kommt heute mit der Pflichtmutter. Wir kommen heute mit der Pflichtmutter, wir kommen heute mit der Pflichtmutter, aber jetzt ist es die Regierung wieder. Ich bin heute mit der Pflichtmutter, ich bin heute mit der Pflichtmutter, ich bin heute mit der Pflichtmutter. Joachim, ich bin heute mit der Pflichtmutter, ich bin heuteически einfach kurz in der Scheibe und ich bin heute mit der Pflichtmutter. Deswegen soll ich ein Angebot der Kinder darf. Kommen Schule, dann werden da ein guter Problem, aber ... ... wenn du ... ... wenn du ... ... wenn du ... ... wirst ... ... schwierig zu Hause. In der Grenze, ... normalerweise, ... so schwer, wenn du jetzt in Bebote ... ... du wirst ... ... gerne meldet, ... ob wir da ... ... mit der Grenze, ... von der Grenze, ... oder andere ... ... für die Familie so bekommen, ... oder, oder ... ... aber wenn du ... ... ein Kinderkinder, ... Kinderkinder oder Schule, ... soll diesmal sein, ... und leider, ... und da wird uns den einen Tag bekommen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!